Das nächste Stück ist eine Soléa por Buleiras. Soléa und Buleiras sind zwei tanzbare Rhythmen im Flamenco, die eigentlich sehr stark und leidenschaftlich gesungen werden, gespielt und getanzt werden. Soléa por Buleiras heißt eine Soléa, das eigentlich eher langsam ist. Trotzdem stark, aber langsam, der eigentlich ein bisschen näher zur Buleiras ist. Die Buleiras sind die schnelle Variante, ganz zusammengefasst eigentlich, aber die schnelle Variante von diesen zwei verbannten Rhythmen. Und die Soléa por Buleiras ist ja eine Soléa, die näher zur Buleiras kommt, also ein bisschen schneller und ein bisschen feierlicher als die Soléa, die eigentlich ganz tief und sehr stark ist. Das ist immer stark gespielt, immer stark gesungen und getanzt. Aber ein bisschen schneller, die Soléa por Buleiras. Die Soléa por Buleiras Die Soléa por Buleiras Die Soléa por Buleiras Die Soléa por Buleiras Musik 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 molto beato Vielen Dank.